und willkommen mein name ist an die welt und zurück zurück zur let's play tales of asperia gala anfang ich bin voll professionell immer durch die wüste letzte folge sind wir durch die wüste gegangen jetzt gehen wir durch die wüste wir gehen langsam die heiltränke aus also trinke heilige tränke und ja wir haben so ein so ein boss hier erledigt so ein man hat medusa schmetterling war nicht so einfach wir haben die ganze zeit einen angriff des band hat geholfen also ja keine ahnung ich glaube ich will nicht gegen die kämpfe sind als alte flieche vom feuerin gebiet ich glaube ja dieser stern da ein von dem möchte ich auf jeden fall kämpfen noch vor der patient ist ja so also mitten in der mitte ok was ich weiß wer das ist was zum anja denn da ist das patty so cool noch immer ich immer noch Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin... Ich bin froh. Das ist meine Rede. Was ist das für mich? Was ist das für mich? Ich bin froh. Was ist das? Was ist das für mich? Das ist ein Schild von Eifried. Das ist doch. Aber ich habe auch schon mal ein Schildeschen gefunden. Das ist ein Schildeschen von Eifried. Schildeschen? Ein Schildeschen? Oh, ich bin froh. Das ist ein Schildeschenchen. Das ist doch so. Was ist das für mich? Also, die Schildeschenchen sind. Nicht. Das ist ein Schildeschenchen. Das muss einen Schildeschenchen. Das war der Schildeschenchen. Das ist nicht wichtig. Das ist das so. Das zu Hause. Das ist doch so. Das ist doch so. Und dann kann ich mich wieder sehen. Und dann ist es noch nicht so, was ich wieder zurückgekehrt? Ja, das ist so. Aber es ist noch nicht so. Du bist so schnell geworden. Oh, ich bin so ein Kind. Oh, ich bin auch so. warum trennt sie sich die ganze eigentlich von uns wenn sie sich doch sowieso wenn er uns anschließt aber stehe irgendwie nicht sabotein und takara bako sora to kaze to die oto ein eんとそれだけね haeって見通しが良くていいや強がりもいいけどさ お宅らもう大丈夫じゃないわよね見通し良くても迷子になるときはなっちまうわよ 迷子になってなってないわー でも確かに探し物を見つける前に俺たちが探されるみになるのはごめんなさい でもここで引き返すのもシャクね 戻らないとやばいかも そろそろなんとかしないとやばいんじゃなーい daしかになんとかしないとやばいが おさんが元気になるのはなっとくいか also von allen leuten rechter man und akbar man ok zwei klamotten das war großartig so warum tut sie sich die ganze zeit uns warum tut sie die ganze zeit die gruppe verlassen nur um sich uns wieder anzustehen ich habe so das gefühl ok ich glaube ich hergestellt weil ich meine ich weiß den grund wahrscheinlich hatten sie keinen bock sie überall jede season charakter der irgendwie hinzugefügt wurde in der playstation version ich habe das gefühl die hatten keinen bock gott sie in jeder story katz ihn hier rein zu packen haben deswegen weil sie mich sie kurz zeit für die party aus der party rausgenommen also drohe dann weiß ich nicht für so kleinere katz ihn mal wieder reingepackt also ich weiß nicht selber haben wir schon haben glaube ich keine ahnung er hat sie mir irgendwie so bemerklich aussehe immer trennt sie sich von unserer gruppe genommen haben wieder weil ich nicht fünf minuten später wieder anzuschließen okay in meinem fall so ein paar monate aber wisst was ich meine komisch rüber ich habe keine ahnung wo ich bin mit dem fähren ab war schon richtig gerade ich will ja auch die ganzen drohen der film kann man wahrscheinlich wieder zurück grad verdammt ich habe durch die mitte durch jetzt bin ich gerade rechts schon wieder abgelaufen ich kann schon wieder rechts gelaufen da habe ich fertig gefunden ich war mal mittig so ungefähr glaube ich keine ahnung die eltern sie sind schon hier sind schon tot und sind schon diese ganzen sklechte die herumliegen weil sie sehen zwar sind zwar voll da da ist uns gelass also bestimmt die eltern das müssen die sein als genau die richtige form sind halt sehr hochgewachsen gewesen die eltern weiß ich einfach mal am ende ja einfach geradeaus habe ich sorge für dich hier sowieso alles finden werde so schatzton mäßig weil es die wüste einfach zu groß das war so merkwürdig wie in kassel wenn ja so kommen aber der temple night to ever kurs lag das irgendwie so weit kommt diesmal so ein fenster hat so aufgeploppt okay langsam geht es mir aber echt nicht so gut mit dem trinken also nicht da ist ein speicherpunkt da ist der truhe da ist noch eine truhe leuchtbar ich glaube das habe ich schon ich habe leuchtwand 1 alpha uber kono das werde ich definitiv noch nicht haben kette super kette sporten das ist die platte uns bettion repeat ja patty da kann ich einfach nicht ist so jetzt habe ich es gesagt ich brauche ein wasser merke ich gerade hilf mir wasser hat zwar gemacht so ich habe jetzt hat alles irgendwie ein heiliger trank abläufen die gegner so gerade in meiner nähe sind sich zu mir umdrehen hat schon manchmal so zu kämpfen geführt ich glaube ich habe nicht gekämpft da war eine geöffnete torte ist ja auch schon immer mal hier ein spiel reden weiß nicht wieso weiß nicht reden reden geht es hier super in der wüste habe ich gedacht ja spielen wir dema hat so fast da das passt da lassen haben muss gerade in tom und jerry sein muss auf die gegner kann lassen weg auch der pfeil ein privat ab so gestierung ok den steuer auf die gegner fallen lassen und das wäre für ausgurten karton weil ich diese eine fähigkeit ausrüstung wo er weiß nicht jeden weiblichen party mitglieds hier mehr werte bekommen so fünf prozent mehr werte das toll drogen übrigens das heißt mir irgendwie mal auf spiel aufgefallen ist schon wunderbar ein angriff so riesig ist im gegensatz zu den anderen leuten jetzt geht das schon wieder los aber jetzt werde ich das ausgleich weiß ich beschwere mich daher fast jeden paar drüber aber das heißt nicht wer sich diesen mist ausgedacht hat er tut nicht den kampf erschweren wenn die gegner wegrennen das ist einfach nur nervig und mir gedacht das ist eine geile herausfolgen wenn wir die gegner wegrennen lassen dieser angriff nicht so viel auf die gegner schließen wie soll ich denn da mit dem das wort cool da wo ist der schatz Ich denke, ich habe noch einen Schmuck in diesem Schmuck. Wenn du dich schmuckst, schmuckst, dann schmuckst du. Also, wenn du den Schmuckst? Ich weiß nicht, dass du den Schmuckst. Was ist das Schmuckst? Das ist das Schmuckst. Das ist das Schmuckst. Das Schmuckst. Das Schmuckst ist das Schmuckst. Das Schmuckst ist das Schmuckst. Das ist das Schmuckst. Das ist ein schmuckst. Das Schmuckst. Ich glaube, dass ich bin, dass sich in den Schmuckst du einen geschehen zu haben. Das ist doch gar nicht möglich. Das ist das Schmuckst du. Dann haben wir den Schmuckst. Dann sind meine Güsten gebetτίend. reichen dafür nicht ich glaube diese pferde habe ich noch nicht bekämpft naja nein 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 ich mache der maus einfach nur eisfleder als eisleder fliegen das leder so 18.000 heute das ist ein starker angriff so habe ich sehr wichtig ich habe eine schlange auf dich so spiel Was ist das, Rapido? Das ist das Oden. Es ist so schön. Es ist natürlich das Oden. Was ist das Oden? Das Oden ist das Oden. Patti, Oden! Ich will das Oden. Es ist so schön. Wenn man es so gut ist, kann man es so gut zu essen. Das ist das Oden. Aber es ist das Oden. Was ist das Oden? Oden hanagata ist Neri . Aber ein mensch spiceur spinslöser! Nur Dreimesack! Jedoch ist das Oden. Es ist eigenags englisch. Eniglich ist es super. ist ein charakter voll auf essen irgendwie verrückt ist oder so tels auf serie irgendwie skips die mal irgendwie weiß nicht weiß kochen müssen ist eine spielmechanik in dem spielen aber trotzdem komme ich damit noch nie auseinandersetzen über essen reden natürlich kommt noch was für euch da muss ich mal erst tag werden vor die katzen kommt weil ich kann mich immer nicht einen schritt bewege ich habe mich habe ich schon gewundert warum kann ich mich manchmal nicht bewegen aber wahrscheinlich kann die katze nicht ja im dunkeln oder so ablaufen oder so schaut da vorne sind tot ja wenn die ausgetrocknet sind wie kann denn dann bittischen heilung irgendwie helfen zumal zumal he's tot so lieb ja die ist tot Was ist das? wenn ich nichts trinkt wenn ich nichts drücken dann trinkt sie auf ewig weiter oder mein gott wie viel ist in diesen kleinen dingen drinnen ich muss den ganzen weg zurücklaufen ja Ja, ich hab' das Gefühl, dass die Mädchen in der Manteik... Ja, ich hab' das Gefühl, dass ich mich überrascht habe. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht, dass ich mich überrascht habe. Oh, ich kann mich nicht überrascht. Ich muss nicht mehr zurückgekommen. Ich muss mich nicht überraschieren. Ich will nur zwei, wenn ich zurückgekommen bin. Das... das ist... das ist nichts. durch jetzt ein ganzes weg zurücklaufen für die wir haben schon lang genug gelegen ein bisschen, Pati, das ist nicht so gut was? 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 nicht近? das ist wie hier das ist das ist das ist es ist es ist es ist es ist doppelte sechtern ist ja nicht okay kampf als war kein ding habe ich glaube ich glaube ich habe viele tränke und also wird schon verballert ich brauche einen laden wenn es geht sind waren ein händler oder irgendwie so ich hoffe jetzt kommt kein postkampf oder irgendwie so weiter ist richtig doof gott ja na ja ja na ja außer ich habe das gesehen hat kann aus dem schwarzen loch ja das kann er verfolgt ist das jetzt gewusst oder irgendwie so ausbrecher 35 ist auch eigentlich so stark man macht mir so viele panik manchmal sprich was er heilt klar hat man hat ihn kommt macht ihr eigentlich eine panik die ganze zeit ist jetzt ganz doof dass ich nicht irgendein wasser was natürlich nur feuerwaffen ist da wieder feuer mit dem man sich auch was auch eine feuerwaffe ist klar da geht es aber neben dem so stark wäre anruf ich habe gekämpft habe ja dann weiß ich ein feuerangriff natürlich noch an ihren zu starten es ist halt zu feinen training aus und das sind immer aufstehen in juli ich habe keine chance für mich sind aber ja klar weil ich nicht so viel aufgängig zu mir ist ja klar oder gegen die wahrscheinlich eine stoffe als heute wahrscheinlich noch gar nicht besiegen können endlich ist wie ich es geht auch schon recht war kann sie mal auf die ganze zeit haben boden zu landen kann ich nicht mal irgendwie so ein angriff irgendwie weiten angreifen kann ich sage jetzt noch die auftrag des teils war es noch nachts geworden gerade im kampf holen er wird hat gewonnen weil man der alltag verändert das geht jetzt nicht dauert ein bisschen ist bei der regen aber er weiß vielleicht irgendwie weiß nicht loslegen im letzten moment war ganz mal auch noch jeden schlag hier umzufallen ich kann mir dann nicht treten auf und zu jetzt sagt er wird noch nervig weg aber ja ich sollte vielleicht noch brauche ich den erledigen mit juli waffen wächst denn damit er noch ich habe schon habe ich schon gefahren wir kommen nahe geflogen irgendwie monster oder so ausgespuckt war nur es kann ich jetzt eigentlich waren es der monstherr ja ich mache irgendwie ein heil angriffen liebes pfeil naja ist ich glaube er tut irgendwie die pfadern an ja gleich so stelle ich gehe aber in zu erwarten selbst dafür ja irgendwie schon ein level höher sind noch mal den ganz schnell langsame platz zauber ja ja für later strahlen aus dem hund da kommt so verspät ich verarschen was jetzt geheilt ich verarsche dann hätte ich auch noch so viel tv kannst du immer einsetzen aber er schwimmt das andere dazu da denke ich einfach auf den boden die arme aus und dann schwimmen hatte gesehen wie viel salz gemacht aber gerade aber hätte man jetzt so mit wenn ich fangst und aus dem fenster werfen wir anderen zu irgendeinen angriff einsetzen der nicht irgendwie feuer schaden macht aber man kann auch ja jetzt hat er sich wieder gehalten gibt es jetzt nicht für eine aktie mit juri juri ist voll easy er hat sich schon wieder ein halb warum auch damit er hat sich immer so um 15.000 punkte oder so ja jetzt mein gott habe ich irgendeinen angriff der irgendwie anders element macht dann irgendwie noch mal den kalt es studiert mit klumpen wie wir einfach nichts kriegen ein kiet ja 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 Wir haben uns alle ein bisschen kaputt. Die Eltern einfach so daneben und mit den Eltern stehen die einfach nur neben und denken sich auch cool oder kette oder dem was sie ja gar nicht Ich weiß nicht, wie es hier ist. einfach so du hast mich gewonnen du bist ziemlich gut das volum zeige ich dir wie man kocht bank pro kette ich gebe dir das hier zum üben ich muss los mein planet braucht mich wir sehen uns okay okay da ist es geil ich habe mich am dorfeingang du hast uns schon das kannst du gerne so lange bleiben wie du möchtest ganz gerne so lange bleiben wie du möchtest wo sind wir die anderen sind die alle tot wir sind noch zu der einen stadt zurück abgeland und Aber... das ist... Wir haben uns auf der Flasche gespürt, oder? Warum ist das denn in der Stadt? Aber wer hat mich geholfen? Ich weiß nicht, wer ist das? Ich weiß nicht, wer ist das? Wer ist das, was ich mit den Eltern jetzt passiert? Wer ist das, was ich mit den Eltern jetzt passiert? Ich weiß nicht, was ich mit den Eltern jetzt passiert. Ich weiß nicht, was ich mit den Eltern jetzt passiert. Die haben einfach nur zugekommen und gelacht, als wir am Brunnen lagen. Sie haben noch gar nichts gemacht. Wir haben den gerade Wasser gegeben. So wie war das, das war ein Geheimnis? Was ist das? Was ist das? Nein, bevor ich mich verletzen, habe ich gesehen, dass das große Geheimnis zu verletzen. Was ist das wirklich? Nein, ich habe nicht gesehen, Estelle. Nein, ich habe nicht gesehen. Das heißt, dass diese Geheimnis zu helfen hat. Geheimnis zu uns? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Kind, der sich für einen Geheimnis zu verletzen. Wie ist das? Oh, das ist ein Kind. Nein, es gibt keine Zeit. Es ist eine変e Stadt. Ich habe schon gesagt, dass es nicht nur ein Verbrechen ist. Rita, Karol, da ist es hier. So, wie? Als ich die Wunderschöne mit dem Wasser hatte, habe ich mich auszulassen. Ich habe keine Wunderschöne mit dem Wunderschönen. Das ist ein Wunderschönen. Es ist ziemlich normal, Herr. Wie hat die Wunderschönen? Nun, das ist alles nicht so. Ich bin nur einig. Ich bin wiederkommen. Warum musst du mich aufhören? Wenn ich sage, dann wird es dich und Ester zu verlassen. Das ist危险. Was ich? Na, was ich? Das ist ein bisschen... Ja, aber es ist ziemlich gefährlich, aber... Es ist hier eine Stadt, wie es hier ist. Das ist die Stadt, in der Zeitung. Hä? Hier ist es? Für die Welt zu wissen, dass die Welt eine Klier-Sielle braucht? Entschuldigung. Diese Stadt ist kein Problem. In der Stadt geht´s doch wunderbar. Jetzt bestimmt voll der Banners-Typ, irgendwie da alle beschützt. Die Herz-Landstadt Jormgen, mit allen wieder vereinigt, kein normales Monster. Jetzt noch mal Leute hier. Was war das so unheimliche Monster? Ich habe nur noch einmal gedacht, dass ich mich daran erinnern habe. Es war ein Geist. Was ist das? Es war kein Geist. Das ist das ein Geist. Das ist ein Karol-Sensei-Rachst. Ich habe keine Lust mehr. okay und jetzt bewegen sich lagen polare ich glaube ich brauche sogar sachen jetzt kommt wahrscheinlich wieder kaufen bis zum geht nicht mehr weil ich wahrscheinlich ausgaben machen werde weil es das denn jetzt war sie verbessert über limits ja damit ich habe wahrscheinlich mehr dutzende neue sachen noch nicht deshalb flamberg ich sollte mal was neues hier scharfrichter ariman scharfrichter als lernen sie war irgendwie an spielungen feindel fancy oder was okay da würde ich mir alles auf screen anschauen weil ich hier weil nicht wieder zehn minuten schoppe ich dann immer ausgehen dass der truhe ich hoffe hat wir ja nicht in kämpfe oder so geraten leicht zu mal schauen eine cut scene ich mag mich ja ausruhen diese kiste ich glaube ich habe sie schon mal gesehen und ich kann mich erinnern wo ich sie gesehen habe ich hab dir schon gesagt dass ich nicht mehr weiß wo ich sie gesehen habe du bist echt nervig natürlich noch an diese schule der leute die heute morgen an die vorbei spaziert sind eben okay wie unfreundlich doch verstehe vorsteher ist ein großer mann aber die weise der weise ist noch viel größer der weise wird alle monster flagen die uns angreifen wollen der weise überlegt sich gerade neue techniken die monster zu verjagen war weil es wenn ich gerade raus gehen will das klausel am schauplatz teil unserer blutiger kämpfe wie auflegen diesen steinkreis will ich mal sterben das ist mein traum folgt was scheine dass das klausel so weit weg von ihr ist die beschauliches leben im jahr wenn das nichts für mich ich schwöre eines tages werde ich ihm kurz hier umstehen und blutrote blumen auf seinen stein wachsen lassen ok klausel eine die 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 man die 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 und ich muss die verwaltung des dorps übernehmen aber es hat überhaupt nicht gut ich weiß nicht was ich ohne df das weise machen würde der weise er wollte im größten aus dem einzigen haus das hier neu ist das wirklich das einzige ausmacht hier neu ist ein fremder ich darf nicht mit fremden sprechen ja hätte ich besser von uns fern steckt zurzeit in großen nöten wir werden von einem gewaltigen mann sagen dafür droht alle sagen dass uns mit dem weisen auf unsere seite nichts passieren kann aber man kann sich darauf verlassen es ist so friedlich hier dass niemand weiß was unsicherheit bedeutet ich möchte eigentlich steckt über den weisen sagen muss auf alles gefasst sein oder johann gännis merkewürdig vielleicht sind wir eine morgen vater morgana von monster ist voll die gute theorie eigentlich vielleicht liegen wir alle noch in der so und hypnotisieren uns total noch vielen vielen dank für die rettung ich möchte zurück nach manteig zu den kindern ich möchte nicht irgendwie sie euch stressen oder so die kinder machen sich bestimmt sorgen und sie nicht nur nach uns gesucht hätten wau wuff 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 meine frage ausweich an den weisen wen kannst du dich verlassen unsere derzeitigen bürgermeister zu jungen unverlässlich sein dorf verstehe er muss die erfahrung sprechen die weisheit des weisens spricht wahrlich verbände darüber wie reicht ein erfahrungsschatz ist ja ja das ist wichtig aus diese kiste meine ich habe schon gefragt für eine kiste weiß etwas über diese kiste ähm Wo ist Ronchi? Ah, das ist mein Name meiner Freundin. Entschuldigung, plötzlich. Freundin? J. Garol, du bist. Ah! Oh, genau. Ich habe nur die船 gesehen. So, das stimmt. Kannst du den Namen? Kannst du den Namen? Ah, ich bin Yui-Fan. Das ist mein Name von Arselm-Gow. Das ist mein Name von Arselm-Gow. Ah, das ist mein Name. Ah, ich weiß nicht, dass du die Kulier-Ciel. Ich weiß nicht, aber es ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Ah, das ist das Ding. Das ist mein Name von Arselm-Gow. Das ist mein Name von Arselm-Gow. Das ist mein Name von Arselm-Gow. Lumpfo Blastia? ... 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 Ich weiß nicht, dass das Sakabito-Sama oder so, dass du so großartige Blast-Tier gemacht hast. Entschuldigung, ich weiß nicht gut, aber ich weiß nicht, ob ich es braucht, dass das Sakabito-Sama ist, dass das Sakabito-Sama gesagt hat, und das Lohn-Tier ist, und es wird noch drei Jahre dauern. Drei Jahre, das ist mir sehr interessiert. oder oder wir befinden uns tausend jahre in der vergangenheit ich würde sagen wir sind in halbe halluzination das wird tausend jahre in der vergangenheit sind deswegen gibt es noch keine blast ja wahrscheinlich nicht die gibt es noch gar nicht klarer himmel als kristall soll das meine theorie ich nehme an dieser war habe ich gleich soweit irgendwie daneben liegt apropos das zufällig long ski gesehen ich denke immer nur an ihn ich will ihn sehen es gibt keine platz ja wahrscheinlich kommt von der anderen seite des meeres zu muss vollkommen erschöpft sein das ganze auf dem schiff ja was nein lasst ja was das wie apathe ja ist das etwas zum essen der davon irgendwo anders ist nicht schön wenn alle blumen blühen arbeit von anderswo sagen dass unser dorf schön ist oder die man hier speichern und beenden dem part 248 nun das ist schon ganz schön lang gut dann würde ich sagen wir schauen uns ja in der nächsten folge noch weiter um und ja ja wahrscheinlich shoppen auf screen machen und ja sagt dann dankeschön fürs zuschauen bitte hinterlasst ein lag einer wollen kommentar das wäre sehr lieb von euch und ich sehe euch dann in der nächsten folge wieder tschüss Tchaikovsky bye bye